Genesis, das Buch der Anfänge Die Bibel ist das Buch der Christen. Sie ist die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Wenn wir Fragen über Gott oder den Sinn unseres Daseins haben, so finden wir in der Bibel die göttliche Antwort darauf. Die Bibel ist auch das meist übersetzte Buch der Welt. Alle christlichen Kirchen, Gemeinden, Denominationen und sogar viele Sekten berufen sich auf die Bibel. Sie ist die Basis für ihre Lehren. Auch die Regierungsformen, die Grundgesetze und Ordnungen vieler Nationen haben die Bibel als Vorbild. Ja, die Bibel ist ein ganz besonderes Buch. Was mich jedoch immer wieder traurig macht, ist die Tatsache, dass die Bibel trotz allem ein recht unbekanntes Buch ist. Sie wird übersetzt, verkauft, zitiert und sogar kritisiert, aber die meisten Menschen kennen sie doch nur wenig. Ich möchte in dieser Sendereihe versuchen, dir die Bibel interessant und verständlich zu machen. Ich möchte versuchen zu zeigen, wer Maleachi oder Zacharia war und was das Buch Joshua oder Könige uns heute zu sagen hat. Dabei werden wir nicht zu sehr in Einzelheiten gehen, sondern uns mit den wichtigsten Aussagen begnügen, die jedermann wissen sollte. Ich glaube nämlich, es gehört mir zum Allgemeinwissen eines Christen, dass er in groben Zügen weiß, worum es in der Bibel geht. Heute beginnen wir gleich mit dem ersten Buch der Bibel. Es heißt Genesis. Und das ist der lateinische Name für das erste Buch Mose. Genesis bedeutet Ursprung, Anfänge. Und genau das ist der Inhalt von Genesis. Es ist das Buch der Anfänge. Einige Anfänge werde ich heute aufzählen. Erstens finden wir den Bericht der Erschaffung der Welt und des Universums. Nun ist der Ursprung der Welt ein sehr heikles und viel diskutiertes Thema. Seit vielen Jahren stellt die Wissenschaft schon Forschungen darüber an, wie die Welt entstanden sein könnte. Weil das Ganze schon ziemlich lange her ist und niemand dabei war, geht man von Theorien aus. Trotz mancher plausibler Theorien gibt es eine Reihe von schwer erklärbaren Problemen. Im Grunde bleibt die Entstehung der Erde ein Geheimnis. Allerdings gibt uns die Bibel einen sehr kurzen und einfachen Bericht in Genesis über die Schöpfung. Dieser Bericht ist manchen Leuten zu simpel, um ihn ernst zu nehmen. Für einige steht er in einem krassen Widerspruch zu ihren wissenschaftlichen Erkenntnissen. Andere aber, sogar Wissenschaftler unserer Tage, glauben diesem Bericht. In der Tat will der Schöpfungsbericht in Genesis Kapitel 1 nicht eine exakte wissenschaftliche Erklärung für den Ursprung des Alls sein. Er wurde nicht in erster Linie für Geologen, Biologen und Astrologen mit den entsprechenden Fachausdrücken geschrieben. Vielmehr geben die ersten Verse der Bibel eine kurze, allgemeinverständliche Erklärung über ein unbegreifliches Geheimnis. Viele Menschen in aller Welt und aus allen sozialen Schichten schätzen diesen leicht verständlichen Bericht und glauben ihm. Einige besonders studierte Leute können auch noch vieles zwischen den Zeilen lesen und mit wissenschaftlichen Begriffen erklären. Aber für den einfachen Mann kann der Schöpfungsbericht eine befriedigende Antwort auf die Frage sein, wie ist die Welt entstanden, wo kommen die Pflanzen und Tiere und wo kommen die Menschen her? Obwohl die Erklärungen in Genesis nicht vollständig und ausführlich sind und sicher noch manche Fragen offen lassen, so haben sie doch einen großen Vorteil. Sie weisen auf Gott als den Schöpfer und Ursprung alles Lebens und Seins hin. Das ist die beste und befriedigendste Antwort, die ein Mensch auf die Frage nach der Entstehung der Welt bekommen kann. Lies einmal den Schöpfungsbericht in Genesis durch und sieh, mit welcher einer Autorität und Selbstverständlichkeit und mit welcher einer tiefen Erkenntnis und mit welcher einer Schlichtheit hier von gewaltigen Dingen berichtet wird. Als zweites berichtet uns Genesis von der Entstehung der Sünde. Sicher erkennst du die Geschichte vom Sündenfall, wie Adam und Eva im Garten Eden von der Schlange verführt wurden, von einer Frucht zu essen, die Gott verboten hatte anzurühren. Eva missachtete das Gebot und war ungehorsam. Das war die erste Sünde. Ungehorsam gegen Gott ist auch bis heute das Wesen der Sünde. Der Bericht im ersten Buch Mose gibt uns Antwort auf drei sehr wichtige Fragen, die viele Probleme in unserem Leben erklären können. Die erste Frage ist, wie kam die Sünde in die Welt? So denken wir, wenn wir die viele Ungerechtigkeit, Gewalt, Hass und Lieblosigkeit um uns sehen. Und viele Menschen möchten Gott für Sünde und Unrecht in der Welt verantwortlich machen. Die Bibel zeigt jedoch, dass der Teufel, der Widersacher Gottes, zuerst Eva zum Ungehorsam verführte. Sie gab nach und widerstand der Versuchung nicht. So kam die Sünde durch die Schuld der Menschen in diese Welt. Niemand anders als wir selbst sind verantwortlich für alles Unrecht, das heute geschieht. Eine weitere Frage, auf die dieser Abschnitt eine Antwort gibt, heißt, was ist eigentlich Sünde? Die ersten Menschen im Garten Eden missachteten den Willen Gottes und sein Gebot. Das ist Sünde. Auch heute noch. Missachtung der Autorität Gottes, Gleichgültigkeit gegen seinen Willen, Ungehorsam gegen seine Gebote, Rebellion gegen den Schöpfer. Gott hat Normengesetz und gesagt, was gut und böse ist. Sünde und Schuld ist keine Einbildung, kein Gefühl. Sie geschieht jedes Mal dort, wo ein Mensch die Gebote Gottes übertritt. Aber noch auf eine dritte grundlegende Frage gibt dieser Bericht vom Sündenfall eine Antwort. Es ist die Frage, woher kommt all das Leid und Elend auf der Welt? Wo man hinschaut, sieht man Krankheit und Tod, Kriege und Hungersnot, Leid und Elend. Im Bericht vom Sündenfall wird uns ganz deutlich gezeigt, dass die Sünde eine große Veränderung für die Menschheit brachte. Adam und Eva wohnten zuerst im Paradies. Das war ein Ort, wo sie Gott sehen und mit ihm sprechen konnten. Im Paradies gab es keine Krankheit, keine Schmerzen, keinen Tod. Und es gab keinen Hunger, keine Mühen und keine Arbeit und keine Sünde. Es war eine Welt, wie wir sie uns wünschen und erträumen. Aber das Paradies ging uns durch die Sünde verloren. Die Folgen der Sünde waren Tod, Schmerzen, Mühe und Trennung von Gott. Diese Konsequenzen trafen aber nicht nur Adam und Eva, sondern alle ihre Nachkommen bis heute. Die Folgen der Sünde sind furchtbar. Nicht nur damals, sondern auch heute. Jedes Mal, wenn jemand sündigt, hat das sehr weitreichende und oft unüberschaubare Folgen, an die wir leider oft viel zu spät denken. Über den Ursprung des Elends und der Not auf der Welt wird heute viel philosophiert und politisiert. Wer aber dem Leid wirksam begegnen will, muss wissen, woher es kommt. Die meisten Behauptungen über die Ursache von Armut und Not in unserer Welt sind sehr oberflächlich und leichtfertig gemacht. Die Lösungen, die manche politischen Führer uns anbieten, sind Trugschlüsse, die keine Resultate bringen können. Wir leben auf einer verfluchten Erde. Ja, die Menschheit selber steht unter einem Fluch, weil sie sich gegen Gott aufgelehnt hat. Diesen Fluch kann nur Jesus Christus von uns nehmen, der Sohn Gottes, der am Kreuz starb, um Sünder selig zu machen. Gott wird eine neue Erde schaffen, die nicht von dem Fluch der Sünde belastet ist, wo die Menschen leben werden, denen Jesus ihre Schuld vergeben hat. Siehst du, wie die Bibel schon auf ihren ersten Blättern ganz wichtige Fragen der Menschheit beantwortet? Drittens müssen wir von noch einem Anfang im Buch Genesis sprechen. Es ist der Ursprung des Volkes Israel. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk und für den Heilsplan Gottes von größter Bedeutung. Durch das Volk Israel wissen wir etwas über den lebendigen Gott und Schöpfer der Welt. Durch Israel haben wir die Gebote, die Offenbarungen Gottes durch die Propheten, die Lehre des Heils durch die Apostel, ja, die ganze Bibel bekommen. Die Schreiber der einzelnen Bücher waren fast ausnahmslos Juden. Der Gott, der die Welt geschaffen hatte, redete nicht zu anderen Menschen als zu den Juden. Ihnen offenbarte er sich, ihnen vertraute er eine Botschaft an, die lebenswichtig für alle Völker und alle Rassen auf der Welt war. Wäre das Volk Israel nicht, so hätten wir keine Bibel, keinen Schöpfungsbericht, kein Evangelium. Außerdem kam Jesus, der Heiland der Welt, durch eine jüdische Frau auf die Erde. Darum sagen wir auch heute noch, das Heil kommt durch die Juden. Nun sind die Juden nicht unbedingt ein sehr geliebtes und geachtetes Volk. Auch sind sie nicht etwa besser als andere. Dennoch sind sie aber Gottes Volk, auserwählt, um ein Segen für alle Menschen zu sein. Über das Volk Israel erheben sich immer wieder viele Fragen. Warum hat Gott gerade dieses Volk als sein Eigentum erwählt? Was heißt es eigentlich erwählt? Wozu erwählt? Um Antwort auf diese Fragen zu bekommen, müssen wir Genesis Kapitel 12 lesen. Hier erwählt Gott einen Mann und macht einen Bund mit ihm. Es ist Abraham, der Stammvater der Juden. Und ab Genesis Kapitel 12 folgt der biblische Bericht nicht mehr den Nationen und Völkern, sondern einem Volk, dem Volk Israel. Das ganze Alte Testament behandelt eigentlich die Geschichte dieses Volkes. Seine Geschichte ist aber ganz eng mit dem Handeln Gottes verwoben. Und so ist die historische Vergangenheit der Juden eine Offenbarung des Wesens und Denkens Gottes. Die Bücher des gesamten Alten Testaments enthalten die Geschichte des Volkes Gottes, aber der Held der Geschichte, die überragende Persönlichkeit, ist Gott, der Herr. Ihn lernen wir kennen durch sein Handeln mit seinem Volk. Vielleicht müssen wir an anderer Stelle noch einmal etwas auf die Erwählung der Juden durch Abraham eingehen. Für heute soll es erst einmal genügen. Wir wollen aber noch zusammen beten. Gott, unser Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Offenbarung deiner selbst in der Bibel. Wir danken dir für die zuverlässigen Antworten, die wir auf wichtige Lebensfragen schon in den ersten Kapiteln der Bibel bekommen. Hilf heute einem jeden Hörer, der noch Reserven gegen dich hat und deinem Wort nicht glaubt, dass er seinen Widerstand aufgibt und sich ganz kindlich dir anvertraut. Amen.